Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Ansprechangst loswerden kannst, in dem Moment, wo du sie hast, also sozusagen Soforthilfetipps gegen die Ansprechangst. Es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Du weißt, ich arbeite mit meinen Coaching-Teilnehmern, oft mit Hypnose, um Ansprechangst loszuwerden. Das funktioniert auch. Aber es kann ja immer sein, dass du in dieser speziellen Situation, du stehst vor einer Frau, hast Angst, traust dich nicht, kannst dich überwinden. Und weil ich gestern gerade mit einem Coaching-Teilnehmer gearbeitet habe und ihm gesagt habe, was er da machen kann, dachte ich mir, kann ich dir das hier im Video wiedergeben, denn das sind zwei super effektive Tricks, die du benutzen kannst, die für mich sehr gut funktionieren, um es zu schaffen, die Frau dann doch anzusprechen, wenn du Ansprechangst hast. Es gibt noch einen Geheimtrick am Ende dazu, den verrate ich dir ganz am Ende des Videos. Deswegen bleib auf jeden Fall dran und jetzt gehst los mit dem Video. Also der erste Trick, den du benutzen kannst, und das ist einer der effektivsten, um die Ansprechangst in dem Moment loszuwerden, wo sie denn dann da ist, ist, dass du dein inneres Selbstgespräch veränderst. Denn dir muss klar sein, du hast deswegen Ansprechangst, weil du ein schlechtes inneres Selbstgespräch hast. Dein Kopf sagt dir sowas wie, nein, ich sollte sie nicht ansprechen. Was, wenn sie einen Freund hat? Was, wenn ich sie belästige? Was, wenn sie keine Zeit hat? Was, wenn sie mich nicht attraktiv findet? Was soll ich sagen, wenn sie mich attraktiv findet? Was, wenn ich nicht ihre Nummer bekomme? Oder was auch immer. Also da musst du einfach die Dinge einsetzen, die dann immer in deinem Kopf auftauchen. Also dieser negative Self-Talk, dieses negative Selbstgespräch hält dich davon ab, die Frau anzusprechen. Und deswegen geht es im ersten Schritt darum, oder im ersten Trick darum, diesen Self-Talk durch positiven Self-Talk, also durch ein positives Selbstgespräch zu ersetzen. Und das ist dann wirklich so, dass du da stehst, du merkst, oh nein, da ist ein Widerstand, ich kann die Frau nicht ansprechen. Und dann anfängst, dir selbst positiv zuzureden. Und das funktioniert tatsächlich. Dass du dir Dinge sagst wie, hey, überleg mal, letztes Mal, wo du die Frau angesprochen hast, dass da das auch gut funktioniert. Oder überleg mal, was alles Tolles passieren könnte, wenn du sie ansprichst. Stell dir mal, denk dir an deine vergangenen Beziehungen, denk an die vergangenen sexuellen Ereignisse oder Erlebnisse, die du mit Frauen hattest. Denk an vergangene Erfolgserlebnisse. Denk dran, wie cool es wäre, wenn sie positiv reagiert. Stell es dir auch meinetwegen vor. Ich meine, du siehst sie ja wahrscheinlich irgendwie vor dir, weil sie vor dir geht oder vor dir steht. Stell dir einfach vor, so ihr unterhaltet euch, stell es dir bildlich vor, unterhaltet euch, es läuft gut, ihr tauscht Telefonnummern, ihr seht euch wieder, ihr schlaft zusammen. Stell dir das so bildlich vor, wie du kannst und kombiniere das dann mit dem positiven Self-Talk, mit dem positiven Sich-Selbst-Zureden im Sinne von, ja, denke an die Zeit und wenn ich die Chance erst nutze, dann lerne ich viel davon. Also es geht darum, dir das in dem positivsten Licht wie möglich darzustellen, dir selbst. Und da musst du halt überlegen, das kann ich dir nicht genau sagen, was für dich am positivsten wirkt. Du musst halt deine eigene Motivation finden. Wenn ich mir zum Beispiel sage, hey, guck, wenn du die jetzt ansprichst, dann bist du wieder eine Frau näher an einer Frau, die dir super gut gefällt, dann motiviert mich das. Vielleicht motiviert es dich, wenn du dir sagst, hey, wenn ich diese Frau anspreche, habe ich wieder was gelernt und bin wieder besser in einem Flirten geworden. Dann musst du halt schauen, was deine persönliche Motivation ist, diese Motivation mitnehmen und die in dein eigenes Selbstgespräch mit einbauen. Die zweite Sache, die du machen kannst und auf die du immer achten solltest, ist tatsächlich auch wissenschaftlich gesehen sehr interessant. Ich war letztens mit einem Coaching-Kleinnehmer unterwegs und es lief sehr gut für ihn. Und während es sehr gut für ihn lief, ging er neben mir so her. So, er stand groß, er ließ die Arme schwingen, war aufrechte Haltung, hat rumgelächelt und dann waren ein paar Gespräche da, die liefen weniger gut und das hat sofort sich in seiner Körperhaltung niedergeschlagen. Dann stand er nämlich so, er so vorne gebeugt und er hat auch seine Arme nicht mehr so dynamisch bewegt. Also ich kann es nicht genau auf der Kamera zeigen, aber am Anfang war er so, hat seine Arme so nicht so extrem schwingen lassen, wie ich das jetzt mache, aber als er halt gesprungen war, also sehr dynamisch und auch sehr, ich nehme Raum ein, ich bewege mich auf große Art und Weise. Und es hat sich halt geändert, als es schlechter für ihn lief, da hat sich seine Körperhaltung sofort geändert. Und das ist ein riesiger und wirklich entscheidender Punkt, den du vielleicht gar nicht bemerkst. Also wenn du in so einer negativen Stimmung bist oder in so einer, ich bin jetzt nicht bereit Frauen ansprechend Stimmung oder blockiert bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du in einer schlechten Körperhaltung bist. In einer Körperhaltung, die mit einem negativen Gefühl verbunden ist. Wenn ich dich nämlich jetzt frage, und das war mal so ein Tony Robbins Ding, in seinem Buch war das mal, wenn ich dich frage, stell dir mal eine depressive Person vor, dann kannst du mir wahrscheinlich sagen, wie ungefähr die aussieht. Ja, eine depressive Person steht sicherlich nicht so da, sondern vielleicht eher so, so, guckt auf den Boden, ist niedergeschlagen, lässt alles hängen und redet leise und ja, okay. Und das Witzige ist, wenn du so eine Körperhaltung, ich löse jetzt wieder auf, wenn du so eine Körperhaltung einnimmst, dann nimmst du auch automatisch einen Teil dieser Emotion, dieses emotionalen Zustands ein. Das kannst du daran mal testen, wenn du dich mal eine Minute oder zwei vor den Spiegel stellst und einfach lächelst, dich selbst anlächelst und schaust, wie es dir vorher geht und wie es dir danach geht, wirst du feststellen, dass es dir danach besser geht, obwohl dir eigentlich gar nichts passiert ist, außer dass du gelächelt hast. Das heißt, gewisse emotionalen Zustände sind mit körperlichen Zuständen verbunden. Da gab es ein ganz lustiges Experiment, wo die Leute von so einem Bungee Jail Turm haben runterspringen lassen und die eine Hälfte der Leute haben sich für eine Minute so hingestellt und die Arme nach oben, wirklich so, so eine offene Körpersprache, nach oben geguckt, so eingeatmet, Arme nach oben, so eine sehr, so eine Victory Pose, sagt man ja auch so, V wie Victory. Das haben die eine Hälfte der Gruppe gemacht und die andere Hälfte, die haben sich so zusammengekauert, so die Beine hochgezogen und so auf den Boden gesetzt und sich so zusammengekauert wie in der Fötusstellung. Und das Witzige war, dass die Leute, die die Victory Pose gemacht haben, 50% schneller, also wirklich statistisch signifikant 50% schneller runtergesprungen sind von diesem Turm als die anderen. Also alle Leute aus der Victory Pose Gruppe sind schneller gesprungen als die Leute aus der, aus der, wie heißt das nochmal, was habe ich eben gesagt, Embryopositionsgruppe. Und manche aus der Embryopositionsgruppe sind gar nicht gesprungen, aber von der Victory Pose Gruppe sind alle gesprungen. Und da sieht man es wieder. Die Körperpose, die du einnimmst, beeinflusst deinen inneren Zustand. Man hat sogar gesagt, wenn du so machst, dann erhöht sich dein Testosteronwert. Wie genau und wie richtig das ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, deine körperliche Position steht im Zusammenhang mit deinem emotionalen Zustand. Das heißt, beobachte dich mal selbst in den Momenten, wo du Widerstand spürst, bei Frauen ansprechen. Beobachte mal deine Körperhaltung und öffne sie. Ja, mach dich breit. Mach vor allem, steh schulterbreit. Also stell deine Füße auseinander, das ist ganz wichtig. Ja, Schulter nach hinten, bewege deine Arme, nimm Platz ein. Nimm ein bisschen Platz im Raum ein, also sei nicht so, sondern nimm Platz im Raum ein. Das ist wie, wenn ich mich in die U-Bahn setze und ich quetsche mich so neben Leute oder ich setze mich wirklich hin und nehme mir den Platz, den ich brauche. Verändere deine Körperhaltung und dann verändert sich dein emotionaler Zustand. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstrick, zu dem Geheimtrick, den ich dir am Ende verraten wollte. Das ist wirklich der beste Trick, den ich kenne, um diese Situation aufzubrechen und zwar so schnell wie möglich. Das ist der beste Trick, den ich kenne. Das mache ich selber immer wieder und das funktioniert für mich persönlich wunderbar. Du musst mal schauen, welche von diesen Varianten für dich funktionieren. Das Ganze basiert eben auch ein bisschen auf der Theorie, die wir eben besprochen haben mit der Körperhaltung. Und zwar, wenn ich eine Frau sehe und ich merke, da ist Widerstand, Ansprechangst, was auch immer, dann setze ich mich schnell in Bewegung. Nicht Drei-Sekunden-Regel-Ding, das ist nicht das, was ich meine. Aber in dem Moment, wo ich zögere, ist die Frau ja meistens schon ein Stück weiter gegangen, weil ich ja gezögert habe. Hätte ich gezögert, wäre sie ja nicht weggegangen. Also sie ist wahrscheinlich schon wieder ein Stück vor mir. So, und um sie aufzuholen, muss ich sowieso mich ein bisschen schneller bewegen. Was jetzt ganz viele Leute machen, ist, dass sie einfach so langsam hinter ihr hergehen und dann muss ich den Coaching-Teilnehmern immer hinterher schreien, jetzt lauf mal ein bisschen, sonst kriegst du die ja gar nicht mehr. Was ich aber mache, um dem Ganzen entgegenzuwirken, ist, ich fange wirklich an, der Frau nicht hinterher zu rennen, aber schon so in einem schnelleren Tempo hinterher zu laufen. Und während ich der Frau hinterher laufe, grinse ich so ein bisschen, hampel so ein bisschen rum, springe vielleicht auf den Stein in so gewisse Muster. Also du kennst das ja von früher, wo man dieses Spiel hatte, wo man so eins, zwei, drei, vier und dann springt man auseinander, neun und acht und dann zehn, dieses Hüpfspiel. Also ich mache dann so mit, da hast du einen Stein mit dem Muster und dann springe ich da rein und dann springe ich da rein und dann springe ich vielleicht kurz in die Luft und mache so dieses Füße aneinanderklappen, so tic. Also ich albere dann einfach ein bisschen rum. Also ich setze mich in Bewegung und albere währenddessen ein bisschen rum und grinse auch währenddessen und komme dann schon mit einer super positiven Energie bei der Frau an. Und das wirkt wie Arsch. Also das ist wirklich krass. Das hilft dir halt dabei, also du kommst sofort in einen anderen emotionalen Zustand. Das ist das gleiche Prinzip wie in einem anderen Geheimnis, das ich dir ja eben verraten habe. Das ist wie jetzt, wenn du anfängst, laufen zu gehen. Also es ist ja bewiesen, dass wenn wir Sport treiben, jetzt zum Beispiel laufen gehen oder auch Krafttraining, das ist ja in dem Fall egal, das hilft gegen zum Beispiel depressive Verstimmung, weil das unseren emotionalen Zustand verändert. Und wenn du dich in Bewegung setzt, dann verändert das deinen emotionalen Zustand. Und je alberner du das machst, während du in der Bewegung bist, desto besser, weil je weniger nimmst du deine ganzen eigenen Gedanken ernst. Wenn ich da rumalber und von einer Steinplatte ins andere springe oder irgendwie lache oder so dieses Füße aneinander, dieses Hochspringen, dann so tic, dieses Füße aneinander klatschen mache, dann muss ich halt einfach grinsen, weil es total blöd ist, was ich da gerade mache. Und dann bin ich aber auch raus aus meinem Kopf, also dann bin ich raus aus diesem Festsitzen im Kopf und dann kann ich die Frau auch erfolgreich ansprechen. Und das ist wirklich die meiner Meinung nach einfachste Methode, um aus diesem Ansprechangst-Ding rauszukommen. Und wie gesagt, natürlich kann man sowas langfristig auflösen mit Sachen wie Hypnose, aber das machen wir dann eher im Coaching. Das sind die drei Sachen, die du anbinden kannst, um Ansprechangst loszuwerden, und zwar ziemlich zuverlässig sofort. Schau mal, was für dich am besten funktioniert. Schreib mir mal in die Kommentare, was du machst, um die Ansprechangst loszuwerden oder ob du diese Techniken schon mal benutzt hast. Und wenn nicht, dann schreib mir gerne mal, wie und auf welche Weise die Ansprechangst dich aufhält. Und dann kann ich dir bestimmt noch den einen oder anderen nützlichen Tipp geben. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wie immer sehen wir uns am Donnerstag wieder. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann ist hier unten links in der Ecke das Video von der neuen Herausforderung. Eine neue Herausforderung ist rausgekommen gestern Abend. Abonnieren kannst du hier an dem Pfeil und hier unter mir kannst du dir die drei Anziehungsschalter runterladen. In diesem gratis PDF-Dokument lernst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter, die auf jede Frau wirken und die du als Mann, der flirten lernen will, kennen solltest. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.